Ich wollte eigentlich nicht den Zuschauerlevel spielen. Ah, ist mir auch egal. Ah, Pinball! Fünffal... Fünffal... Äh, ja... Das war nicht geplant. Das war nichts. Der Mario nickte im Takt vor der Musik. Also, gehen wir nochmal durch die Türe hier. Man kann immer noch killen mit dem Dinges. Und... Der spuckt wenigstens kein Feuer. Das macht ihn als sehr angenehmer Gegner durch die Wände, wenn er wieder respawnt. Und... Naja, er ist nicht gerade sehr viel stärker als die Rüstlichen, also... Man kann das bestimmt richtig gut timen, aber... Ja... Ich bin schlecht dafür. So, jetzt... Oh Gott! Ist das mal tatsächlich sogar schnell gewesen? Und da ist er schon wieder weg. Wollen wir noch mehr jetzt allerdings stillen? Was würde passieren, wenn er dann unten bleibt? Aha! So! Dein Spun! Aber dann fällt er automatisch runter. Logisch! Aber... Na ja... Der Glitch funktioniert immer noch... Also... Glitch! Aber... Also... Ich bin sehr nah. Ich bin sehr eng. So ... Ja! Ich bin sehr eng. Ich bin sehr Stuart. Wir sind sehr undeng. Das ist sehr. Ich bin sehr gefhring. Vielen Dank. Also es ist eigentlich der gleiche Level, wo bleiben, nur dass das Layout ein bisschen überarbeitet worden ist. Bin ich eigentlich gut? Bin ich eigentlich gut? Hast ein Herz verdient. Und beim nächsten Mal machen wir den Zuschauerlevel Tschüss und dann schön.